Jo Leute, damit willkommen hier zu einem neuen Video und wie ihr schon sehen könnt, ich habe hier den Wolverine Skin. Den kann man ja hier bei den neuen Wolverine Herausforderungen aus der Woche 6 freischalten, hier sehen wir es. Und ich habe den Skin auch schon mit allen Aufgaben komplett freigeschaltet. Ich dachte mir mal, ich erkläre euch heute in dem Video, wie ich hier Wolverine besiegt habe. Denn ich muss sagen, ich habe da schon lange für gebraucht. Ich war zuerst in sehr vielen Solo-Runden, da ist extrem viel los. Danach muss ich sagen, war ich hier im Teams-Modus, da habe ich dann einfach mit ein paar zufälligen Leuten gespielt und dann versucht mit denen zusammen Wolverine zu besiegen. Hat sogar fast geklappt, aber ist leider auch gescheitert und dann dachte ich mir einfach so, dass ich hier mal in Arena gehe. Denn wie man sieht, ich habe so gut wie gar keine Arena-Punkte, dann dachte ich mir nämlich auch direkt, dass bestimmt bei so wenig Punktzahlen noch Bots oder schlechte Leute da sind. Ich habe die ganze Runde auch sogar aufgenommen, die blende ich euch hier gerade ein. Und da seht ihr auf jeden Fall, ich bin irgendwo mitten in Weeping gelandet, habe erst mal ein paar Waffen besorgt, ein paar Materialien, habe später noch ein paar Leute gekillt und bin dann halt weiter auf Suche gegangen nach Wolverine. Und ich muss sagen, die Spieler dort waren auf jeden Fall sehr schlecht. Wie gesagt, liegt halt an den Punkten und ich denke mal, das waren sogar auch Bots. Ja, dann könnt ihr auf jeden Fall da die Leute erstmal killen und weiter auf Suche nach Wolverine gehen, den ich dann sogar irgendwann zufälligerweise noch gefunden habe. Und da habe ich auf jeden Fall Wolverine dann gefunden und eliminiert. Hat auf jeden Fall lang gebraucht, um diese Aufgabe zu machen, aber ich denke mal, falls ihr auch wenige Arena-Punkte habt, versucht es einfach mal dort. Ist natürlich auch Glückssache, ob ihr ihn findet, aber auf jeden Fall sind dort, wie ich finde, schlechtere Gegner gewesen. Was ansonsten die nächste Möglichkeit wäre, ist, ihr macht eine Bot-Lobby, das heißt, dass in der Runde nur Bots sind oder sehr schlechte Spieler. Wie das geht, ist ganz einfach. Ihr braucht einen Teamkamerad mit extrem niedrigen Level, das heißt, Level 1 oder Sonstiges. Oder ihr nehmt euch euer eigenes Handy und packt das in eure eigene Lobby rein mit einem Level 1 Account. Und dann kommt ihr auf jeden Fall in sehr, sehr schlechte Lobbys und dort könnt ihr definitiv viel besser Wolverine besiegen, weil die Bots da definitiv auch nicht so stark sind. Ja, auf jeden Fall habe ich dann so hier Wolverine bekommen und ihn besiegt, wie gesagt, in der Arena-Runde mit wenigen Punkten. Ansonsten kann ich definitiv empfehlen, geht in eine Teams-Runde, am besten mit Freunden von euch oder geht einfach in eine Auffüllen-Runde und versucht am besten mit den Leuten dann zusammen Wolverine zu finden und zu besiegen, weil die meisten Leute machen gerade sowieso die Aufgabe. Wenn ihr die Aufgabe dann irgendwann macht, wo weniger los ist, könnt ihr auch wieder normal in eine Solo-Runde reingehen und dann kann ich da definitiv meine Empfehlung geben, dass ihr einfach einen Helikopter nimmt und davor halt noch ein paar Waffen. Und dann fliegt ihr einfach mal den Bereich von Weeping Woods und Sloppy Swamp ab, denn hier in diesem Bereich rennt Wolverine auf jeden Fall rum. Und wenn da nicht mehr so viele Leute hier sind, könnt ihr die Aufgabe auf jeden Fall machen, weil ich denke mal, dann werden die meisten Leute ihn sowieso nicht mehr suchen. Jetzt in den ersten Tagen ist halt einfach definitiv viel mehr los. Ist logisch, jeder will den Wolverine haben. Und dann kommen wir jetzt sogar schon zu meinem nächsten Tipp, wenn wir gleich Wolverine hier irgendwo sehen, werden wir sogar einen kleinen Tipp bekommen, denn wir werden gleich hier die Fußschritte von ihm sehen können. Das Ganze kann man nämlich durch eine Option aktivieren, die ich gleich nochmal zeigen werde. So genau, das meine ich, ihr seht hier gerade oben sind Fußschritte, das heißt hier ist Wolverine, da sehen wir ihn sogar auch. Er ist also relativ von weit weg schon hörbar. Schaut mal, wie hoch ich gerade fliege und ich kann immer noch hören, immer noch, immer noch, immer noch so Fußschritte da. Die werden immer noch angezeigt. Schaut mal, ich bin gerade hier oben und Wolverine ist da unten und ich sehe die Fußschritte immer noch. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Tipp, um ihn zu finden. Ja und wenn ihr ihn dann so gefunden habt, stellt euch irgendwo hin, wo ihr euch nicht sieht, schießt dann ganz oft auch seinen Kopf drauf, dann wird er natürlich zu euch kommen. Aber ihr müsst vom Weiten erstmal viel Schaden machen, das ist definitiv sehr, sehr wichtig. So hier unter mir ist gerade Wolverine, auf jeden Fall sehen wir die ganze Zeit die Fußschritte von ihm und damit kann man ihn sehr, sehr gut finden. Man sieht die ganze Zeit die Fußschritte. Bis hier oben in der Luft sieht man seine Fußschritte, das ist auf jeden Fall der beste Trick, um ihn zu finden. Und dafür müsst ihr einfach in die Einstellungen gehen und dann hier auf die Toneinstellungen und dann Soundeffekte visualisieren anmachen. Dann seht ihr auf jeden Fall die Fußschritte in der Nähe und damit fällt Wolverine auf jeden Fall auf, weil er ziemlich laut ist. Ja, das war auf jeden Fall jetzt mein Video dazu, wie ich Wolverine gefunden habe und hier nochmal ein paar Tipps an der Stelle. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann im nächsten Video, bis dann und ciao.